Hallo zusammen! Wir sind wieder da. Es ist Donnerstagabend. Oh yes! Und ihr wisst, was es heißt. Donnerstagabend ist Esthetic Possibilities. Genau, letzte Woche waren die Girls. Heute bin ich wieder dran. Genau, jetzt gehen sie immer zwei Wochen wechseln. Es gibt jetzt immer Queens of Dentistry, Donnerstagabend, 19 Uhr und im Wechsel dann wir zwei hier mit der wunderbaren Welt, der schönen und nicht unbedingt reichen, aber vielleicht. Aber auf jeden Fall. Der Zahnreich. Der Zahnreich, ja. Das neue Steinreich ist ja das Zahnreich. Ja. Es gibt übrigens eine Praxis, die heißt Zahnreich. Echt? In Heidelberg, die ist eine Partnerpraxis bei Implacek. Liebe Grüße an euch übrigens. Liebe Grüße? Ja. Das ist ein geiler Name für die Praxis, oder? Ja, ja. So, aber es gibt heute einen geilen Ästhetik-Fall. Ja, es gibt einen Medier-Fall. Genau, den hast du jetzt gerade erst zu Ende behandelt. Genau. Das ist ganz frisch, also aus der Druckerpresse der Ästhetik. So ist es noch warm. Der Patient ist auch emotional noch richtig heiß. Der Patient ist heiß. Ja, also das war richtig cool. Also dieser ganze Prozess, ich kenne den Patienten auch selber, weil der hat von mir auch Implantate bekommen. Aber heute geht es gar nicht um die Implantate, heute geht es wirklich um die Oberkieferfront. Und der Patient hat gesagt, ich will es nochmal richtig, richtig geil haben. Also das ist so ein typischer Fall, wo du gesagt hast, okay, ein halbes Leben gelebt, so wie es halt gewachsen ist. Ja. Und jetzt sagt er, ey, ich will es jetzt mega haben. Der ist jetzt auch an einem Punkt, vielleicht so ganz kurz zur Story. Er ist an einem Punkt, der ist jetzt beruflich durch und er will jetzt einfach nochmal Gas geben. Genau, der geht ja auch ins Ausland, hat er gesagt, und wollte sich da gut gehen lassen und hat gesagt, okay, dazu gehört auch ein geiles Äußeres. Und dabei haben wir ihm geholfen. Ja, und ja, da starten wir jetzt auch direkt rein. Also so kam er. Genau, sieht ja erstmal gar nicht so verkehrt aus, ne? Überhaupt nicht, aber er wollte, für ihn war das auch irgendwie, für ihn war das so eine Imagesache. Also es war jetzt nicht so, dass man sagen müsste, oh Gott, was muss man denn jetzt hier alles bitte machen, damit das halbwegs gut aussieht. Sondern er wollte einfach, also für ihn war das so, für ihn war es glaube ich so ein bisschen Statussymbol. Er wollte das haben, weil er irgendwie zeigt. Fürs interne Gefühl. Genau, genau. Und fürs interne Gefühl, auch ein bisschen außen, aber auch im Inneren, dass er sagt, okay, ich möchte das für mich, aber auch einfach um einen guten Eindruck zu machen. Weil das ist auch jemand, der sehr gut vernetzt ist, der kennt viele Leute und ja, ein gepflegtes Äußeres. Wir haben ja schon eine Folge, wo gesagt wird, gutes Äußeres bringt im Leben Vorteile beim Selbstbewusstsein und genau das wollt ihr halt auch haben. Und ist ja so ein mega sympathischer Typ. Also auf jeden Fall, ja, habe ich dann auch gerne, gerne da irgendwie geholfen oder ihn beraten in die Richtung, in die wir da gehen können. Also man sieht natürlich schon, weil das ja natürlich geil fotografiert ist, auch so ein bisschen so die Spuren der Zeit. Man sieht hier diese ganzen, vom Putzen, die, sag ich mal, die Riefen. Und hier sieht man natürlich auch Abplatzungen. Hier sieht man schon so ein bisschen was. Also so Cracks überall, so kleinere. Klar, das dauert natürlich auch dann so ein bisschen Rezession hier. Putzdefekt ein paar Jahre, bis es dann eben an den Punkt kommt. Aber er wollte jetzt halt wirklich nochmal sagen, komm, mach fertig, mach das richtig schön, mach das aus einem strahlenden von links nach rechts. Weil auch hinten in beiden Seitenzahnbereichen fehlten eben auch Zähne. Genau, da hinten habe ich implantiert. Nee, du hast da hinten implantiert. Ah ja, 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 genau, sag ich drauf. Weil da hinten habe ich eine Brücke gemacht. Ach so, ja, okay. Ja, stimmt. Also rechts hat er noch zwei Implantate bekommen, die sind jetzt noch in der Versorgung. Aber es geht jetzt heute erstmal darum, was haben wir von vorne rechts bis hinten links gemacht. Und das zeigen wir jetzt. Und es geht vor allem auch heute, manchmal machen wir ja vorher und nachher. Heute geht es ja auch um den Prozess. Genau. Das heißt, wir haben gesagt, wir begleiten das wirklich auch, es ist auch filmisch begleitet. Das heißt, ihr werdet auch gleich Videosequenzen sehen. Gerade auch so vom Einsatzprozess bei Veneers. Genau. Habe der mich bis jetzt noch gar nicht gezeigt. Und vor allem auch, was passiert denn bei der Präparation? Wie funktioniert das mit dem Fädenlegen und so weiter? Ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Aber heute in dieser Folge geht es vor allem um den Prozess. Genau. Was passiert denn bei so einer Veneerbehandlung wirklich? Und warum wird was gemacht? Ja. Okay. Also wie gesagt, so kam er zu uns. So sollte es nicht mehr aussehen. Und dann haben wir uns eben daran gemacht, das Ganze ästhetisch etwas aufzuhübschen. Uah. Oh Gott, sieht ja furchtbar aus. Philipp, du hast den Mann verschandelt. Ich habe den Mann verschandelt. Nein. Das ist nachher. Genau. So sah es dann aus, als wir fertig waren. Also ihr habt ja immer mal gefragt, wie sieht denn so eine Veneerpreppe dann aus? Wie sehen die Zähne aus? Wie viel kommt denn da jetzt wirklich tatsächlich weg? Das ist doch alles schädlich für den Zahn. Ihr seht, es ist nicht schädlich für den Zahn. Weil wenn man jetzt mal guckt, wo wir herkommen. Genau, das ist ganz cool, dass man sich jetzt mal so übereinander legen kann. Guck mal diesen Zahn jetzt an. Ja. Man sieht natürlich, warum ist das hier so gerieft? Philipp, erklär mal. Das hat ganz einfach damit zu tun, dass die Bohrer, mit denen wir die Zähne ja beschleifen, natürlich ja mit Diamanten besetzt sind. Genau. Und wenn die ein bisschen grobere Struktur dann haben, dann hast du halt diese Rillen. Das erschreckt mich jetzt auch gerade selbst, weil ich... Das sieht natürlich... Diese Makroaufnahme siehst du das erste Mal. Ja, ja. Das sind so die zwei Momente, wo man dann selber sich immer so fragt, oh Gott. Auf solchen Fotos oder wenn die Modelle aus dem Labor kommen? Ist ja auch noch trocken gepustet. Das heißt, durch das verschiedene Reflexionsverhalten in den Riefen, siehst du es natürlich super extrem. Und was man aber auch jetzt nochmal sieht, dass wir im Schmelz halt auch geblieben sind. Also das ist alles Schmelz. Deswegen, also es ist nicht viel, was da weg ist. Sonst wäre, das ist Dentin, das sieht man ja hier. Und wir sind hier bei der Präparation komplett voll im Schmelz geblieben. Wir können ja auch mal so einen Bohrer mal einblenden. Das heißt, da seht ihr mal, wie grob diese Bohrer eigentlich sind. Ja, das ist Wahnsinn. Und hier ist es halt ein bisschen, also hier ist der Substanzabtrag einfach ein bisschen mehr, weil da eine klassische Brücke draufkommt. Da muss man eben dann mehr weg. Genau, das ist für Kronen, ne? Genau. Also Krone, Krone. Und nach hinten, ganz hinten. Veneer, 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 Veneer. Veneer. Und hier sieht man auch sozusagen hier nochmal diese etwas eingezogene Stelle. Warum macht man das? Ja, das ist einfach, damit quasi da dann die Klebefuge so ein bisschen in den Zwischenraum reingeht. Dass man das nicht so nach von außen sieht. Ganz genau. Und auch so ein bisschen Fassung kriegt. Ja, genau. Also ihr müsst euch das vorstellen, wenn man jetzt von hinten gucken würde, würde man hinten nochmal so eine kleine, auf der Höhe ungefähr eine Stufe sehen. Etwa hinten, ne? Von Palatinal, also von der Gaumenseite. Damit sozusagen diese Schale so drüber geht. Wie eingehängt, kann man ja sagen, ne? Genau. Genau. Was man auch sieht, finde ich, ist, du hast fast nirgendwo auch nur ansatzweise das Zahnfleisch, bloß ab und zu kommst du mit dem Diamanten mal irgendwo dran, ne? Da tustierst du mal leicht, dann hast du natürlich da so eine kleine Blutung, das ist nichts Schlimmes, ne? Also so, als würde man sich ja immer so kratzen, so ein bisschen. Das ist dann direkt natürlich nach der Präparation. Das sieht bei jeder Kronenpräparation sieht das ganz anders aus. Ja, ja, sicher. Genau. Bei einer Kronenpräparation ist es ganz anders, weil da muss man unter das Zahnfleisch gehen und da kommt der Bohrer, also der Diamant, automatisch immer dran. Genau. Und dann blutet es natürlich. Beim Venir fast gar nicht. Du versuchst ja auch wirklich oberhalb zu bleiben. Also du gehst wirklich mit dem Zahnfleisch. Du gehst ja gar nicht unter das Zahnfleisch, weil du ja nachher auch dann eben das überblendest so ein bisschen. Das heißt, auch wenn das Zahnfleisch einen halben Millimeter mal sich zurückzieht durch diese keramische Überblendung, das fädelt da so ein bisschen raus und dann hast du da nie irgendwie, wo du sagen würdest, oh, da ist jetzt aber, da fehlt jetzt aber irgendwie was. Deswegen kann man da auf jeden Fall mit dem Zahnfleisch quasi mitgehen. Genau. Jo, und wenn das Ganze dann eben beschliffen ist, dann muss man ja einen Abdruck nehmen und für diesen Abdruck kommen dann eben Fäden unter das Zahnfleisch. Das heißt, man muss dafür sorgen, dass das Zahnfleisch so ein bisschen vom Zahn dann absteht. Ja. Also das Zahnfleisch liegt ja am Zahn an und der Faden kommt dann eben da rein, um das Zahnfleisch so ein bisschen wegzudrücken, damit dann hier auch das Abdruckmaterial reinfließen kann. Zeig das doch mal. Und wie das mit den Fäden aussieht, das ist dann eben so. Genau. Und jetzt könnt ihr wirklich sehen, diese Fäden sind, wie dick sind die? So ein Millimeter? Oh, nee. Weniger. Ich glaube, die sind sogar noch dünner. Die plustern sich dann halt so ein bisschen auf, weil die ja noch mit dieser Blutstilllösung getränkt werden. Genau. Die sind total dünn. Also richtig, richtig dünn. Das sind jetzt auch wirklich die dünnsten, die wir haben. Ja, und ihr seht jetzt, hier kann man es ganz gut sehen, dadurch wird das Zahnfleisch so ein bisschen weggedrückt. Und es schimmert halt auch hier trotzdem so dunkel durch. Also hier sieht man den Faden ja richtig, aber hier schimmert auch so durch. Und dadurch kriegt man eben diese Präparationsgrenze einfach ein bisschen mehr freigelegt, sodass das Abdruckmaterial dann wirklich auch dahin läuft. Und das ist für das Labor ganz wichtig, weil die müssen ja später die keramische Restauration, also das Venier, genau da enden lassen, wo auch wirklich die Präparatung ist. Weil wenn es ein Stückchen zu lang ist, dann kriege ich das Venier nicht runter gegebenenfalls oder es chippt. Wenn es zu kurz ist, habe ich plötzlich einen Spalt. Genau. Und das ist wirklich so eine der Sachen, wovor eigentlich immer jeder Angst hat, dass man einen Präparationsabdruck nimmt und dann ruft das Labor an und sagt, ja, wir können die Präparationsgrenze nicht genau definieren, weil irgendwie ist da eine Blase oder da ist Blut hingekommen oder das Abdruckmaterial ist dort nicht hingelaufen. Und deswegen macht man genau das, dass man diese Fäden legt und dieses Risiko einfach, ja, ist nicht auf Null, aber es sinkt dadurch sehr stark. Auf jeden Fall. Und was man jetzt hier auch nochmal sieht, also der Vierer hat auch ein Venier gekriegt, das heißt der Gaumenanteil von dem Zahn, der hat ja zwei Höcker. Ja. Der wurde halt komplett überhaupt nicht angefasst, sondern wirklich auch nur im äußeren Bereich. Ja. Weil es da eben ein bisschen aus dem Zahnbogen rausgehen sollte, weil der Zahn so ein bisschen am Gaumen steht. Man sieht das auch hier, er steht so ein bisschen weiter am Gaumen und wir wollten dann eben schauen, dass wir da auch ein bisschen wieder rauskommen dann nachher. Also man macht so einen Jekyll und Hyde Zahn so ein bisschen, ne? Genau. Das ist der Hyde Part. Ach nee, nicht Jekyll und Hyde. Wer hat denn dieses Geteilte? Two-Face von Batman. Two-Face, genau. Und Phantom der Opa auch. Ja, für unsere älteren Zuschauer. Phantom der Opa, O-P-A. Also wie gesagt, so sieht es dann ganz aus, wenn die Fäden eben dann unter dem Zahnfläsch liegen und dann kann der Abdruck kommen. Das heißt, das ist auch ein aneinanderhängender Faden. Also normalerweise macht man ja wirklich dann an jedem Zahn einen einzelnen Faden. Ach, echt? Das ist fortlaufend, ja, ja. Ach so. Ich fange dann da hinten an und dann geht das... Da habe ich auch wieder was gelernt bei Ästhetik-Possibilität. Weil dann nimmst du den hinten nämlich raus und dann kann die... Also die Assistentin zieht dann den Faden und ich gehe sofort mit dem dünnfließenden Material hinterher. Dann wird es verpustet und dann kommt der Abdruck. Ich habe das jetzt beim E-Prims immer noch eingelegt. Ich habe immer eins, eins, eins. Ja, aber ich habe das Curriculum auch nicht gemacht. Ist das dieses B2B oder dieses B2C? Genau. Ja, cool. Okay. Ja. Ja, es bringt ja keinen Sinn. Genau, es bringt keinen Sinn. Es macht ja keinen Sinn, komplett rumzugehen, weil auf der Rückseite warst du ja nicht. Stimmt. Also du kannst ja wirklich draußen vorne bleiben. Ja. Das sieht schon ganz nice aus, oder? Mhm. Das ist das Provisorium. Genau. Ich weiß ja noch kurz überlege ich dir, ist das jetzt das Provisorium oder nicht? Aber hier sieht man es, glaube ich, dass es ein bisschen dicker geworden ist, weil das Material irgendwie ein bisschen ausgelaufen ist. Aber man sieht jetzt schon einen Unterschied. Ja, und hier ist jetzt halt auch das Brückenprovisorium wieder drauf, weil, wie gesagt, danach waren wir dann halt fertig und haben dann eben ihn so entlassen können für diesen ersten Teil der Sitzung. Genau. Und jetzt kommt ja im Prinzip das nächste, das nächste Bild ist ja jetzt schon das Fertige, ne? Ganz genau. Das heißt, wir müssen uns jetzt mal einmal über den Prozess unterhalten, was passiert denn dann, wenn der Patient jetzt wiederkommt. Genau. Also der geht mit diesem Provisorium nach Hause. Und kommt dann ungefähr eine Woche später wieder. Also so lange braucht das Labor, bis die Arbeiten dann fertig sind. Genau. Und dann ist er erstmal provisorisch versorgt. Den Präparationsabdruck, der wurde nicht gefilmt, ne? Ne. Das ist jetzt einfach, der kommt dann rein. Da werden wir vielleicht irgendwann auch noch eine eigene Folge dazu machen. Ja. Aber jetzt kommt natürlich das, was spannend ist. Die Leute fragen sich ja, wie setzt man Veneers ein? Richtig. Und wir wollten uns jetzt heute auch wirklich mal darauf konzentrieren, weil das Einsetzen eigentlich auch der schwierige Part von der ganzen Sache ist. Also das Schleifen ist so nicht anspruchsvoll, aber eben der anspruchsvolle Teil bei so einer Veneersorgung ist halt das Einsetzen. Kann man eigentlich auch so, kennst du diese Affen mit Hüten? Die können das auch machen, oder? Die Schleifen. Also ganz so anspruchslos ist es auch nicht. Nein, aber das ist auf jeden Fall, der Fokus bei Veneers liegt auf dem Einsetzen. Nicht auf dem Schleifen. Ja. Ja, und was passiert dann genau? Also der Patient kommt dann, wie gesagt, eine Woche später wieder. Dann wird das Provisorium runtergenommen. Die Zahnoberfläche wird eben schön sauber gemacht. Und dann geht es im Grunde los mit einer Einprobe. Also das heißt, es werden erstmal die Veneers genommen, auf die Zähne aufgelegt. Die kommen ja mit so einem kleinen Pindappel da zum Halten. Mit so einem Wachs. Sieht aus wie, genau, mit so einem Klebewachs. Dann ist das so aufgesteckt, dass man das Veneer nicht berühren muss. Genau. Weil wir sind ja silanisiert. Ne, sind die noch nicht. Also die sind wirklich nur geätzt mit Flusssäure? Geätzt. Genau, also wir kriegen die werkseitig oder laborseitig geätzt mit Flusssäure. Und die sind noch nicht silanisiert, weil ich sie ja eben erst einprobiere. Sonst hast du nachher wieder das Speichel, wieder Kontamination. Dann musst du wieder komplett von vorne anfangen. Ja, stimmt. Deswegen, also die kommen geätzt und werden dann geätzt einprobiert. Das heißt, ich mache die ein bisschen nass, lege die auf die unbehandelte, nasse Zahnoberfläche und gucke erstmal so, wie sieht es aus. Genau, und dann kriegt der Patient erstmal einen Spiegel. Genau. Und sagt, ja, gefällt mir aber nicht. Genau. Im schlimmsten Falle sagt er das. Ist bis jetzt noch nicht vorgekommen. Nee, ist noch nie vorgekommen zum Glück. Man hat ja vorher auch drüber gesprochen, ne? Das ist immer das ganz Wichtige. Wenn man vorher drüber spricht, was der Patient will. Farbe, Form, wie soll das wirken. Deswegen, das ist auch das Erste, was im Gespräch, bevor wir uns dazu entscheiden, es zu machen, ist, dass das Erste, was im Gespräch abgeklopft wird, wie soll es aussehen, wenn es fertig ist. Weil das ganz andere, es geht um Erwartungen und es geht darum, Erwartungen und realistische Vorstellungen irgendwo dann übereinander zu legen. Es gibt kein Objektiv gut und schlecht, es gibt nur Erwartungen erfüllt oder nicht. Und die meisten Patienten kommen halt, das ist so ein bisschen wie beim Friseur, die kommen dann mit irgendwelchen Fotos von irgendwelchen langhaarigen, tollen Frauen und sagen dann, so möchte ich aussehen. Und auch die Männer sogar, ne? Ja. Aber das, was Kunde beim Friseur und auch Patient beim Zahnarzt nicht versteht, ist, dass die Frisur von Schauspielerin XY an Schauspielerin XY gut aussieht. Ja. Aber nicht unbedingt an dem Patient. Das hängt schon an so Sachen wie Haarfarbe, Gesichtspartform. Genau. Das ist genau der Punkt, der hier wirklich abgeklopft werden muss. Wie sehen die Erwartungen des Patienten aus? Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein Patient wirklich mit einer Vorstellung, die er sich fest in seinen Kopf reingehämmert hat, aufschlägt hier und sagt, so möchte ich aussehen. Ja. Weil das kann nur nach hinten losgehen, weil das so nie aussehen wird. Auch wenn die Zähne genau dieselben wären, du hast trotzdem nachher in Verbindung mit deinem Gesicht, mit deiner Lippe, mit deinem Lächeln ein ganz anderes Resultat. Richtig. Und das muss im Vorfeld abgeklopft werden. Genau. Es gibt solche Sachen wie, ich will symmetrische Zähne. Nee. Gar nicht, ne? Weil Symmetrie ist immer relativ zu dem, wie die Zähne im Kiefer hängen. Ganz genau. Und wie der Kiefer dann auch noch im Verhältnis zum Gesicht ist, ne? Nur eine schiefe Lippe alleine macht es dir schon unmöglich, die Zähne symmetrisch zu machen, weil dann die Zähne, weil das ist ja dein Referenzpunkt, ne? Genau. Die Lippe ist zum Beispiel der Referenzpunkt. Das heißt, wenn ich die Zähne gerade in den Kiefer hänge, die Lippe ist aber schief, sieht man sofort, die Zähne sind schief. Richtig. Obwohl sie gerade sind. Genau. Und da muss man ganz klar dann eben genau diese Punkte beachten, Erwartungsmanagement betreiben und das heißt nicht, dass man versucht, dem Patienten das auszureden. Oder sagt, sie haben zu hohe Ansprüche. Sondern man muss die Perspektive haben, auch von einer anderen Seite mal drauf zu gucken. Genau. Und man muss dem Patienten sagen, wenn wir das so umsetzen, wir machen das, aber das wird nicht so wirken, wie sie es wollen und es wird nicht zu ihnen passen und dann findet man meistens einen Kompromiss oder, was häufiger ist, der Patient sagt, ja, sie haben recht und wir machen das dann so und so. Aber dann ist es vorher besprochen. Genau. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, du besprichst es nicht, der Patient kommt und sagt, so habe ich das aber nicht gewollt. Weil da ist es zu spät. Da ist es zu spät an der Stelle. Ja. Das Bär. Richtig. Also, wo waren wir? Provisorien runtergenommen. Einprobiert. Zähne so ein bisschen sauber gemacht, wen ihr es einprobiert. Im besten Fall sagt der Patient dann, boah, super. Hier war es auch so, also ihm gefiel es sofort. Wir haben es aufgelegt, Farbe war in Ordnung, Form war in Ordnung, alles war soweit in Ordnung und er wollte das dann so eingesetzt haben. Und dann kommt quasi der erste Punkt, wo es dann mit der Einsatzprozedur losgeht. Das heißt, Zeremonie. Die Zeremonie. Es ist natürlich erst Kerzenanzüge. Ja, ich schaue so ein bisschen was. Duftstäbchen. Ja. Jeder kriegt so eine Kute dann auch an. Wir haben auch eine Klangschale. Ja, da sitzt dann einer, der macht dann immer so. Genau. Aber bitte in der Frequenz der Keramik, weil sonst bricht die. Stimmt. Ja, ja, ja. Es muss eine gute Schwingung sein, es wird ausgependelt. Nein, Spaß bei Leite. Aber es ist schon echt eine Prozedur. Das ist der anstrengende Teil. Das ist wirklich der anstrengende Teil. Und das ist wirklich das, wo die Leute sagen, ihr fahrt aber hier auf. Ja, müssen wir auch, sonst wäre es nichts. Also dann werden die Veneers quasi von der Rückseite her nochmal desinfiziert und auch eben nochmal angeätzt, um eben diese Speichelproteine dann auch abzutöten, weil das muss ja danach alles schön halten. Dann wird die Zahnoberfläche eingeätzt und das sieht man jetzt hier ganz gut. Also es wird jetzt quasi mit diesem blauen Zeug, was ihr da seht, es wird jetzt quasi Phosphorsäure auf den Zahn aufgebracht, um den Schmelz zu ätzen. Warum machen wir das? Wir müssen ja die Schmelz- oder die Zahnoberfläche ein bisschen anrauen, ein bisschen vergrößern, damit wir noch mehr Oberfläche haben, um dann nachher mit unserem Kleber die Veneers da drauf zu kleben. Also ihr müsst euch das so vorstellen, wenn die Oberfläche vorher von oben dicht ist und man versucht halt wie ein Reißverschluss das Ganze, dass es sich das verbindet später, muss man aus der oberflächlichen Schicht einfach die oberflächlichen Teile rauslösen und dann entsteht so eine Mondkraterlandschaft, wo sich das Ganze wirklich dann verzahnen kann. Genau. Auf chemischer Basis. Mhm. Und Oberflächenvergrößerung führt zu Halt. Genau. Deswegen funktioniert ein Sekundenkleber, der geht in jede kleine Pore rein, härtet dann aus und dann ist es wie ein biologischer Reißverschluss. Genau, es ist im Grunde ein Reißverschluss. Also du hast dann wirklich diese kleinen Zapfen, die da reingreifen und das ist dann alles richtig schön verbunden. Das wirkt dann so 40 Sekunden ein, manchmal auch ein bisschen länger. Also das muss wirklich schon, da muss man sich dann auch die Zeit nehmen, die der Hersteller vorgibt. Und dann wird das alles wieder schön abgesprüht mit Wasser, damit dann wirklich das Ätzmuster dann auch zu sehen ist. Das ist dann eben so ein bisschen kreidig-weiß und man sieht das dann auch relativ gut. Dann wird parallel dazu die Veneeroberfläche silanisiert. Das hast du jetzt eben schon angesprochen. Das ist eben so ein Haftvermittler, der dann auch nochmal dafür sorgt, dass sich eben diese Silikatanteile in der Keramik dann nachher mit dem Kleber oder mit dem Festigungskomposit auch wieder verbinden. Mhm. So dass du dann quasi aus dieser Richtung auch einen guten Verbund hast. Also nicht nur Festigungskomposit mit Zahn, sondern dann auch Festigungskomposit mit Veneer. Ja. Dann wird der Zahn wiederum eingepinselt mit einem Primer und einem Bonding. Das heißt also auch hier wird wieder geguckt, dass ein bestmöglicher Haftverbund zu realisieren ist. Also beide Seiten werden quasi auf die Ehe vorbereitet. Sozusagen. Ja. Sozusagen. Sozusagen. Und dann kommt der Moment, wo alles... Der Zahn kriegt sein Brautkleid an. Ja. Das Veneer kriegt den Smoking. Genau. So ungefähr. Und dann geht es zum Altar. Dann geht es zum Altar. Genau. Und das ist dann eben unser Befestigungskomposit. Das wird auf die Veneers aufgetragen. Das ist der Pfarrer. Das ist der Pfarrer. Sozusagen. Ja. Das wird auf die Veneers dann auch aufgetragen. Und dann wird es in den Mund eingebracht. Dann sieht man auch so ein bisschen, wie dann eben dieses Befestigungskomposit an der Fuge austritt. Und du dann quasi mit einem Pinselchen oder mit so einem Schwämmchen das dann auch wegstreichst. Weil die Flächen sind ja schon ziemlich konkurrent zueinander. Das heißt, da passt ja nicht viel zwischen. Da ist nicht so ganz viel Platz. Nein, nein, nein. Das ist wirklich so, das sind Mikro, sag ich mal, Ungenauigkeiten, die dann aufgefüllt werden. Genau. Und deswegen braucht man da auch gar nicht so viel Material. Also man macht da wirklich so einen ganz dünnen Klecks drauf und setzt das Veneer auf. Und der Rest verpresst sich dann wirklich nach außen. Was ist dabei wichtig? Was muss man beachten, damit das alles glatt läuft? Dass alles wirklich trocken ist. Also es gäbe nichts Schlimmeres, als wenn dann in dem Moment wirklich dann nochmal irgendwie Zahnoberfläche sich mit Speichel benetzt. Dann hast du sofort auch wieder Stress. Das muss wirklich trocken sein. Ja. Natürlich ist ein eingespieltes Team an der Stelle nicht schlecht, die schon auch die Handgriffe so ein bisschen im Voraus haben. Also Geschwindigkeit. Ja. Geschwindigkeit. Gerade wenn es viele sind. Bei so ein, zwei Veneer ist das noch nicht so wichtig. Aber wenn du so acht bis zehn einsetzt. Wenn es ein paar mehr werden, dann kommst du natürlich auch ganz schön in den Stress. Weil du hast dann am Ende, also neun gehen meistens richtig gut rein. Ja. Und dann kommt das zehnte. Ja. Also das ist dann halt schon wichtig. Du musst wirklich das einsetzen. Du musst dann schon den Überschuss im Grunde weg haben. Damit dann da nachher nicht, weil das härtet dann auch mit dem Licht. Also so dunkel kannst du es in deinem Zimmer gar nicht machen, weil du möchtest ja auch noch was sehen. Genau. Das ist ja Dualhärtung. Genau. Aber es ist eben auch Dualhärtung. Heißt halt auch, es geht mit Licht und eben ohne. Ja. Aber da wo Licht... Licht geht schneller. Ohne Licht dauert es ein bisschen länger. Genau. Aber es fängt schon an auszuhärten. Irgendwann müsst ihr euch so vorstellen, das ist wie Zement, der wirklich langsam härtet und irgendwann ist der ganz zähflüssig und dann kannst du es schon nicht mehr in die richtige Position pressen. Und dann hast du irgendwo einen Überschuss und dann fängst du an zu schwitzen. Also dann geht es so rund. Also das ist die Komplikation, vor der jeder Ästhetiker Angst hat, ist, dass ein Vener nicht in Sollposition geht und dann aber aushärtet und du kriegst es nicht mehr ab. So, dann hast du ein Riesenproblem. Dann machst du das Vener im Zweifel neu. Ja. Habe ich schon einmal gehabt. Einmal. Wir hatten es eingesetzt. Probe. Alles anprobiert. Alles super. Und beim zweiten Einsetzen, warum auch immer, es kann sein, dass wir die Reihenfolge verändert haben. Allein das, also das ist wie eine Telefonnummer. 70232 ist unsere Telefonnummer. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Es muss nicht von 7 nach 1 eingesetzt werden, sondern es kann auch sein, dass du mit 5 anfängst, mit 1, mit 6, mit 3, mit 2, mit 7, mit 4. Genau. Es sind die gleichen Zahlen, aber wenn du auch 70232 72032 machst, geht jemand anderes dran. Ja. Und in dem Falle geht nämlich der Scheiße, du musst es nochmal neu machen dran. Ja. Und ja, da haben wir damals daraus gelernt. Also das Einsetzen ist wirklich der Punkt, wo du wirklich echt in Spitzen kommen kannst. Und da ist wirklich genau, was du sagst, das Team ist wichtig, die Geschwindigkeit ist wichtig, dass es trocken ist, ist wichtig. Aber auch, dass da einfach diese Souveränität im Hintergrund ist, das hast du schon ganz oft gemacht und ja, das brauchst halt so ein bisschen Sicherheit. Das ist auch schon ein paar Jahre her, das, was ich jetzt gerade erzählt habe. Das ist uns zum Glück seitdem nicht mehr passiert. Haben wir daraus gelernt. Aber das ist schon genau das, was du sagst, das Präparieren, da kann nicht so viel schief gehen. Klar, du kannst mal, es kann mal ein bisschen mehr bluten oder so. Ja. Es kann dich nerven, aber es kann dich nicht umbringen. Nee, stimmt. Das ist schon. Also der letzte Teil dann schon. Ja. Naja, es hat auf jeden Fall dann alles gut geklappt. Wir haben alles schön sauber gemacht. Ah, warte, stopp, stopp, stopp. Stopp, stopp, stopp. So, jetzt sind alle drin. Ach so. Was machst du dann? Dann härtest du mit Licht aus. Dann mache ich erstmal wirklich die Überschüsse weg. Genau. Dann gehe ich auch schon mal mit Zahnseide durch. Genau, das ist nämlich noch ganz wichtig. Und dann geht es los mit der UV-Lampe, wo dann quasi das Ganze eben durchgehärtet wird. Genau, weil da kannst du nämlich auch nochmal richtig zu Stress kommen. Du hast es zwar alles richtig drin, aber die Überschüsse werden nicht weggemacht und dann hast du in den Zwischenräumen die Überschüsse. Und dieser Einsetzzement, der wird richtig hart. Ja. Ja, Gott sei Dank. Da könntest du Gefängniszellen mit auskleiden. Ja, das ist, da kommst du ja nicht mehr durch. Das ist richtig heftig. Also da hast du auch schon mal die eine oder andere, da muss die Helferin wirklich super fix sein. Die muss, wenn das in solche Positionen ist, das muss festgehalten werden, das Vener, weil das kann sich ja noch lösen. Ja, klar. Und gleichzeitig musst du schon dazwischen drin, überall dazwischen gehen und die Überschüsse entfernen und dann bist du erst safe. Dann bist du safe. Wenn das Licht angeht, dann bist du safe. Ja, genau. Über das, ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Und das ist an die Veneers gerichtet. Jetzt zeige ich es aber. Jetzt zeige ich es mal. Oder? Seid ihr ready? Ready? Okay. So. Also das ist jetzt wirklich, das ist jetzt eine Sekunde nach dem Einsetzen. Da seht ihr halt hier, das ist das Zahnfleisch noch so ein bisschen auch. Ihr habt es ja gerade auch live im Video gesehen. Genau. Also es ist halt noch so ein bisschen mitgenommen, aussieht. Ja. Aber wie gesagt, das ist dann eben so. Und das ist auch wirklich eine Minute danach. Also die meisten Fotos, die man sonst irgendwie so sieht, von Veneers eingesetzt, ist dann so. Ja, wir machen nochmal einen Kontrolltermin in zwei Wochen. Ja, das sieht halt anders aus. Ja, ja, klar. Das hier sieht jetzt auch anders aus, nach der Zeit, wo es jetzt eben drin ist. Auf jeden Fall. Was ihr jetzt auch noch seht, ist, gut, wie gesagt, oben rechts ist jetzt halt noch die Implantatversorgung to come. Links haben wir jetzt aber die Brücke auch schon drin. Das werden wir aber auch nochmal auf jeden Fall zeigen. Wenn das alles fertig ist, dann werden wir hier unter dem Video nochmal einen Kommentar anheften mit einem Link zu dem Foto oder wo wir das dann sozusagen vielleicht nochmal, vielleicht zeigen wir dann nochmal die Endversorgung. Ja, genau. Wo wir dann nochmal das Ganze machen. Aber so sieht man eigentlich schon einen ganz guten Eindruck. Ich glaube, das ist aus dem Video rausgenommen, ne? Das Bild. Ja, genau. Das ist jetzt eine BL3. Also der wollte auch, was die Farbe angeht. Ja, sehr, sehr hell. Es war schon richtig hell, aber wie gesagt, da man jetzt halt oben alles gemacht hat und es zu unten jetzt nicht so den riesen krassen Kontrast gab, ist es in Ordnung. Wenn das Lächeln auch so ist und man nicht sieht. Das ist der Klassiker, dass man sagt, okay, unten. Es gibt Leute, die machen unten und oben. Das sind aber witzigerweise, glaube ich, weniger als 50 Prozent. Die meisten sagen, wichtig ist mir oben. Ja, von oben zeigst du natürlich auch das meiste, ne? Man darf nicht zu viele Stufen heller sein als unten. Das sieht so richtig komisch aus. So bis zwei Farbstufen ist das in Ordnung. Und unten war es auch hell. Ich meine, er hatte ja jetzt auch, wenn man sich jetzt nochmal das Vorherbild vor Augen führt, er hatte ja jetzt da auch nicht so richtig dunkle Zähne. Also die Zähne waren ja schon eigentlich von Hause aus hell. Die waren schon recht hell, ja. Ich glaube, der hat auch schon mal gebleasht. Ja, aber er wollte jetzt halt, wie gesagt, nochmal richtig Gas geben und hat er gesagt, komm, dann bl3. Ja, bl3 haben wir jetzt schon öfter gemacht. Das Einzige, was wir, glaube ich, noch nicht gemacht haben, ist bl1. Er hat sich bis jetzt zu keiner getraut. Ja, da versuchen wir ja auch immer ein bisschen gegenzuwirken. Wir hatten mal fast BL2, da waren wir mal ganz kurz davor. Kann man ja auch machen, aber es ist schon sehr hell. Also bl3 ist so die letzte Farbe, wo ich sage, da könnte man theoretisch drüber nachdenken, ob es nicht natürlich sein könnte. Aber meistens denkt man schon, okay, das ist auf jeden Fall nicht natürlich. Aber es gibt Leute, die wollen das. Gibt's. Ist nicht unser Job, das zu urteilen. Ne, eben. Wir sollen ja nicht da missionieren, wenn jemand sich damit gut fühlt, dann soll er das kriegen. Genau, der Trend geht ganz klar dahin. Wir machen viel mehr Blitschfarben als noch vor 5 Jahren. Das stimmt. Also da braucht ihr, das ist aber auch das, ne. Viele Leute landen ja bei uns, weil die bei Zahnärzten waren, wo die gesagt haben, das machen wir nicht. Oder haben wir gar nicht? Oder machen sie das doch nicht. Ihre Zähne sind doch okay, so wie sie sind. Ja, das entscheidet aber immer noch ihr. Genau. Dafür gibt es die ästhetische Zahnheilkunde. Es geht hier um, sag ich mal, auch Selbstbewusstsein. Es geht hier auch um teilweise psychologische Probleme bei den Leuten, weil sie sagen, nicht jeder hat, ich finde hier war es ja noch sehr gut, aber es gibt so Leute, die werden weggeschickt, die haben wirklich sehr gelbe Zähne, die haben die Zahnstellung nicht optimal, da könnte man an der Zahnform super viel optimieren und selbst die werden weggeschickt von anderen Zahnärzten, weil die sagen, nö, machen wir nicht, das ist nicht unsere Philosophie und wir beschleifen keine gesunden Zähne. Ja, ist dann eine Einstellung, aber der Patient ist unzufrieden. Der wird immer in den Spiegel drin. Wenn der es nicht macht, dann macht es halt ein anderer. Irgendeiner macht es, weil der Patient wird seine Wunschvorstellungen zu realisieren versuchen. Es ist auf einem Level mit Augenlichtkorrektur, mit Brustimplantaten, mit Fettabsaugung. Es ist ähnlich mit Ohren anlegen. Ich möchte da auch gar keine Vorurteile einfach haben. Wenn die Patienten sich damit besser fühlen, dann here we go. Okay, super. Was sagt ihr zu dem Fall? Fandet ihr spannend? Gerade so das Prozedere beim Einsetzen von Veneers. Ich glaube, das ist sowas, was wir bis jetzt noch gar nicht gezeigt haben. Gebt uns da mal Feedback. Wie fandet ihr das? Und vor allem, wenn ihr irgendwie eine Veneerbehandlung selber mal gehabt habt, schreibt doch mal, wie das bei euch abgelaufen ist. Seid ihr zufrieden? Welche Farbe habt ihr gewählt? Und was natürlich auch immer super ist, wenn ihr diesen Kanal unterstützt, indem ihr einen kleinen Like gibt oder indem ihr den Kanal abonniert, dann verpasst ihr nichts mehr. Oder kommentiert. Also schreibt wirklich alles drunter. Das kommt ja donnerstags. Und die meisten werden es schon mitbekommen haben, dass 20 Minuten später geht es los mit der wilden Kommentarbeantwortung. Genau. Und ganz ehrlich, wenn ihr persönliche Fragen habt, dann kommt ins Live Q&A. Zweimal im Monat ist Philipp mit dabei. Einmal alleine, einmal sind wir zu zweit. Und das ist der perfekte Zeitpunkt, um eure personalisierte Frage zu stellen. Genau. Und dann schauen wir mal, ob wir euch weiterhelfen können. Gut. Dann würde ich sagen, alles Gute für euch. Habt einen geilen Abend oder einen geilen Morgen oder eine ganze Woche, wenn ihr das seht. Und bleibt gesund und bleibt uns treu. Macht's gut bis zum nächsten Mal. Tschau. 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 Those chips to DIE, JUST, fiz, plaquez TERFOROM. mediante wine, bстве, inception, die scrappositive,